ja hallo hallo das war der epics der grad hallo gesagt hat ja das spiel kugel fressen kugel fress ich dachte jetzt mal weiß ich nicht ja okay ich dachte jetzt mal play und dann ist der kleine epics auf der leinwand hier unterwegs und muss die kleinen kugelchen fressen ja genau und muss aufpassen die großen mich nicht fressen ja das ist natürlich schlecht je kleiner man ist desto schneller ist man man kann also den großen relativ gut entkommen oder hätten sie mich fast noch erwischt und dann immer schöne kleinen pünktchen fressen das ist ein großer muss ein bisschen abstand halten weil man sich auch teilen kann wenn man größer wird ja und dann schleudert man sich praktisch weg ziel ist es halt immer größer zu werden und auch die kleinen zu fressen your mom ist hinter mir also meine mutter spielt auch mit und unten dom was auch immer jeder hat das ziel größer zu werden und rechts oben sieht man die leaderboard also eine eine rangliste praktisch der mitspielenden personen und ja da stehen die größten drin von die erst die ersten zehn größten jetzt ist aber eng hier glück gehabt da war er fast so groß wie ich dann kann er mich nicht fressen also muss schon deutlich kleiner sein dann kriegen wir den das habe ich weggeschleudert habe ich aber trotzdem sehr gut jetzt habe ich mich geteilt jetzt muss ich auch meine zwei kleinen teilchen hier aufpassen mit mir da nicht einer irgendein großes stück abweist christian habe ich noch nicht entdeckt also den cox der spielt ja auch mit hier auf derselben oberfläche ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ich hoffe mal meine zwei kleinen blobs die verbinden sich jetzt mal langsam wieder tun sie nach einer gewissen zeit jetzt na komm komm mach dich wieder zusammen bau dich trau dich doch mal komm jetzt alter mach keinen scheiß also noch sagt den habe ich mir ein verleibt große gelbe kugel die appetit auf mich hat jetzt bin ich größer geworden wie die gelbe kugel beziehungsweise ihr zweiter kleiner begleiter kann jetzt den begleiter futtern ja das war gut ich habe ihn aber leider nicht bekommen die sind gefährlich nein bitte nicht bitte nicht aber nicht einmal über 200 ich habe gerade leckerchen japan leider nicht leider japan nicht ich habe jetzt irgendwas über ich habe nur die anzeige für die die masse nicht mehr vergessen einzustellen habe ich vergessen einzustellen deswegen sehe ich nicht bin relativ groß jetzt jetzt mal 500 also werde ich schon haben die kriege ich doch kommt ich kriege nicht ja jetzt sind natürlich alle um mich herum ein bisschen größer wie ich sehr gefährlich ich war war grün ich arbeite eine weltherrschaft aber ich dürfte irgendwann in den top 10 mal auftauchen zack 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 kommt die kriege ich schade jetzt wieder einer hinter mir her wird das interesse verloren sehr gut gehen wir mal hier hoch japan ist wieder da na komm hier tummelt sich alles was groß ist verdammt ich verbinde mich wieder ist mein glück so werde ich wieder größer muss nur für die ganz fetten aufpassen kann mir vielleicht noch so eine kleine gelbe kugel reinziehen na komm noch ein bisschen da bist du klein für shit da haben wir jetzt mal gesehen ungefähr gleich groß ist ist da nichts mit auffressen den kriegen war ja der war lecker bei mir läuft jetzt auch sehr gut ja wie flasse masse ich bin sogar noch nicht in der top 10 ja du auch nicht ich arbeite noch dran aber hier sind ganz schön viele von den großen du verbinden mich jetzt wieder sagt den habe ich mir reingeballert ach du scheiße was sind da oben los so übrigens von der tsa retro fraktion beziehungsweise auch im solo modus unterwegs japan kann uns mittlerweile nichts mehr anhaben die sind nämlich genauso groß wie japan der cox spielt hier für seinen eigenen channel der wie lautet ich nehme nicht auf ach du hast nicht auf na gut dann alles klar dann nehme ich alleine auf scheiße neben mir kommt so ein monster platz zwei kommt neben mir so also ich weiß nicht wie viel masse ich jetzt habe also dürften jetzt schon relativ viel sein so irgendwie an die 1000 schon relativ langsam sagt man kann jetzt nur noch mit tricks größer werden so zum beispiel einfach mal teilen dem gegner ein bisschen was hinterher schmeißen dann da kommt ja was viel viel größeres wie ich netherlands klein ich krieg die alle nicht so japan ist im moment auch größer wie ich mir auch aufpassen der will bestimmt ein stück abbeißen der will ein stück abbeißen das sehe ich schon so wir teilen uns wieder zusammen und zack japan ist immer noch sicher ja kleiner du bist ja so ich sehe immer noch nicht meine punkte aber ich taue auch noch nicht in der top ten auf wir sind allerdings schon recht groß jetzt das ist so ein inaktiver schade hätte ich gern noch mit gefrühstückt kriege ich auch nicht zu groß ich würde teilen müssen oh da kommt wieder etwas ganz großes da muss ich aufpassen wer ist denn bei dir auf 1 chai chai alles klar chai habe ich aber noch nicht gesehen gott sei dank wahrscheinlich besser so ja den schnapp ich mir jetzt bin ich schon zweigeteilt ich kann mich natürlich noch mehrmals teilen aber dann werde ich immer kleiner und dann wäre auch vielleicht für die mittelgroßen frühstück wollen wir alle nicht wir alle dass der epix wächst und wächst und wächst und wächst mit ihm das tsa ich wachse wieder zusammen kann ich mir sogar vielleicht kann ich mir sogar in japan schnappen zack jetzt würde ich japan fressen können nur das den kriege ich aber komm nein bleib stehen ich kriege ich doch bleibt doch stehen mensch auch nö jetzt habe ich ihn frankreich hollander das niederlands bin ich schon in top ten nein richtig niederlands sind gefährlich nah könnten wir noch ein gutes stück abbeißen gehen wir mal ein bisschen auf abstand boah da ist auch so ein riese unten weißt du welche farbe shy hat oh ne ich bin wieder da ich bin wieder zusammen ja so den schnapp ich mir germany ist mir immer noch keinen nicht in der top ten mensch dauert immer so lang bis man sich mal wieder zusammensetzt oh niederlands noch größer irgendwann muss man wenn man größer wird muss man auch aufpassen auf die gezackten die einen ja zerteilen wenn man da rein fliegt dann kann man sich doch verstecken ja aber nur als kleiner als großer wirst du auch gerne mal beschossen von den dingern keine ahnung warum ist mir jetzt schon einige male passiert oh ne jetzt wird es eng hier hungry ist mir auf dem fersen dann hast du auf einmal wirst du beschossen und bist auf einmal in tausend kleine teile gesprungen das ist zu das ist zu blackhard ist zu groß box box 3 ist hinter mir her komm na schau der ist auch zu klein dafür lohnt der teil nicht da können die großen jetzt nicht durch mal gut mist der war jetzt habe ich mir geteilt wollte einen schnappen aber der war zu dann genauso groß wie ich oh 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 jetzt sind es aber hinter uns her hier ja mist ooooh ich idiot mist mist habe ich viele kleine teile jetzt kannst du wahrscheinlich du mich fressen jetzt bin ich echt lebendfutter für alle doch ah lass mich in ruhe na komm ich fresse ich auch noch habt ihr gedacht die fressen mich boah sie hatten recht äh man wächst relativ schnell wieder musst du echt sehen dass du wieder zusammenkommst ey ja nein ah ich bin komplett weg mich hat es zerrissen mist ok noch ein versuch christian haben wir nicht gefunden ja komisch das reiser schei der ist gelb Hohohoho Ah, der Anfang ist beschwerlich. Ein kleiner Punkt durch die Gegend zu dackeln hier. Jetzt bin ich übrigens pink, ne? Okay. Pink, ich bin jetzt rechts unten. Ah, ich muss abhauen, da kommt was Großes. Oh, da kommt noch was größeres. Koks habe ich aber noch nicht gefunden, ey. Ah, jetzt hätte ich mir noch die Masse einstellen, da habe ich gesehen wie groß ich bin. Ja. Sooo. Ah, ne, den schaffe ich nicht, aber er ist ein Tick größer als ich. Ne, ich würde wahrscheinlich schon aufpassen vor ihm. Kann man nur die kleinen Fische hier schnappen. Mist. Ich habe mich geteilt und wieder nicht geschafft. Ja, was machst du denn gerade? Hier. Wie teils? Du musst ja echt aufpassen, dass der auch richtig zielt ist, ey. Wenn der nämlich nicht zielt, dann teils dich für Nüsse. Nix davon gehabt. Was? Den Arsch. Na, bleib doch stehen, man. Zusammen. Ob wir den Mond schnappen können. Ach, können wir nicht. Schade. Obwohl du größer bist, ne? Kannst du die, äh, äh, ein bisschen kleiner, äh, nicht einsetzen. Ne, ne, ne. Die müssen schon deutlich. Da war gerade der Intervier, der konnte die nicht einsetzen. Die müssen schon deutlich kleiner sein, sonst klappt das nicht. Ja, ja, genau. Ja, so schaffen wir es natürlich nicht in die Top 10. Ja, so schaffen wir es natürlich nicht in die Top 10. Ja, ich bin gerade wieder verbunden. Oh, eins habe ich über 100. Boah, der Scheiß gelb. Der ist aber schon lange gelb, ey. Der war vorhin schon gelb. Zack. Geh weg. Nein, ich häng da echt an einem dran. Ah, der hat vergessen sich zu teilen. Glück gehabt. Maja. Nein, geh weg. Oh, Niederland ist auch schon ganz schön groß. Stand halten, ja. Da. Na komm. Du willst es doch auch. Ah, zu klein. Äh, zu groß. Schade. Ich habe das noch nicht gesehen. Was ist das denn? Da bin ich zwei. Zwei kleine, pinke Kügelchen. Ja komm mal, komm mal zu mir, ey. Ja komm mal zu mir. Wirds ja witzig. Ja, ja, ich sag dir wo. Unten links. Ah. Schade. Unten links. Der Weg ist natürlich auch steinig, ne. Nicht schweinig, sondern steinig. Unten links, sagst du. Ja gut, ich versuche mich mal durchzubeißen. Obwohl ich noch nicht die riesen Größe habe, ey. Auch nicht. So viele Dicke, wo ich gerade dran vorbeifliege, das ist gefährlich. Gut, Bugs ist nicht so. Scheiß doch unten links, oder nicht? Hä? Platz zwei ist doch unten links. Oh, der ist auch groß. Zatschik. Ist unten links in der Ecke. Da geht es nicht mehr weiter. Ja, da muss ich erstmal hinkommen, ne. Ja. Ich komme jetzt mal runter. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in den Maul fliege, während ich da runterdüse. Oh, ich futter mich durch. So, wo ist er denn? Da ist er, der Cox. Aufpass. Wo soll ich dich fressen? Willst du mich füttern? Welche Größe hast du? 40. Oh, der war knapp. Ja. Ich wollte gerade sagen, ey. Dann hättest du dich auch für mich aufpassen können. Kann man das doch sehen. Ich dachte schon, ey. Na, klar geht das. Ist halt auch groß, das Spielfeld, ne. Obwohl das ja nicht so groß ist hier. Und das ist schon ganz schön groß. Vor allen Dingen, ähm, die anderen Spieler werden dann auch noch klein, weißt du? Du wirst ja immer kleiner, je größer ich werde jetzt. Ja. Ich hab dann später theoretisch nur noch so einen Punkt da, der da sich bewegt, schnell. Ahhhh. Können wir jetzt mal wieder so ein schönes Stück Putin gebrauchen. Zack. Fangen. Den Putin. CIA ist auch da. Kriegst du nicht? Ja. Mit zwei Kugeln. CIA. Ja, komm, 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 sei lieb, komm, sei lieb. Ich will mich nicht teilen. Dann nicht. Oh. Muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Die CIA will mich fressen. Nein, geh weg. Scheiße, jetzt frisst er mich. Und wie groß bist du? Ich werde gerade gefressen. Ich bin gerade wieder, ich weiß nicht, ich hab ja meine Masse nicht eingeschaltet. Ich werde gerade wieder zerkleinern. Boah, Glück gehabt. Ich hab mich geteilt und direkt auf die Hälfte wieder verloren, ey. Scheiße. Also guck mal auf jeden Fall nicht in die Top 10 Match. Boah, so ist der King. Der King ist relativ groß, Herr. Ich kenne das an mir. Alles ähnliche Schwimmel. Das ist... Alles ähnliche Schwimmel. Nun nichts. Ich kann nicht. Alles ähnliche Schwimmel. jetzt über 300 ja die habe ich auf jeden fall, da bin ich größer und um mich herum sind nur Riesen das war jetzt auch schon groß, den muss ich auch gerade verspeisen naja solange sie genauso groß sind kann dir nichts passieren na komm krieg ihn, scheiße na Mist, hab ich mich geteilt und dann war ich genauso groß wie der und dann bringt dann auch wieder nichts aber einen anderen habe ich gekriegt, das ist schon mal gut ich glaube je größer du bist, desto länger dauert es, bis du dich wieder zusammenfügen kannst wenn du hier vierteilt bist, ey äh boah wie frustrierend, ey haben sie mich gefressen in der kleinen Version oder wie? ja ich hatte vier kleine, äh der auch aber der war äh kleiner als ich ja dann hat er so plopp 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 die anderen Dinger auf einmal waren größer, oder? ja ja, aber der war natürlich das kann passieren wo ist das? Deck, komm räum dich nicht, du willst es doch auch boah, die sind gerade zwei Riesenbrummer unterwegs, ey da mal nicht wieder viele Kündigungen beschrieben werden in Firmen wegen sowas? ja, wer weiß weiß gar nicht, hat das Spiel denn überhaupt einen offiziellen Namen, ey denn da kann die anderen du bist du bist der Wo bist du denn jetzt? Ich bin tot. Der hat mal Germany geschnappt. Welchen Score hast du eigentlich? Also Punkte? 22. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja nicht im Spiel drin. Ah ok. Ich bin ja. Ja, wir wachsen und wachsen. Ja. Oh, ich bin auf Platz 10. Alter, endlich bin ich in der Top 10. Hat das endlich mal hingehauen, oder? Oh, da ist wieder einer. Oh, oh. Stimmt ein Stück abbeißen. Schon wieder runter. Hast du da eigentlich die Größe? Ne, ne, ich weiß nicht. Ich bin ja immer noch am zocken von vorhin. Na, jetzt bin ich doch schon nicht mehr Platz 10. Aber jetzt gleich wieder. Na, jetzt, oder? Nein, leider noch nicht. Jetzt wieder geteilt. Jetzt komme ich langsam in den Bereich, wo es sehr gefährlich wird. Ich glaube, mit einer bestimmten Größe fangen die grünen Stacheldinger erst anzuschießen. Und dann hast du natürlich verkackt, wenn du da zu nah bist. Boah, was soll der Mist, ey? Na, das war nichts. Die eine geteilt wollte mich fressen. Das hat aber nicht geklappt. Gefiertheit. Muss ich mal wieder aufpassen hier. Und ich bin auf Platz 9. Weltherrschaft. Wird das was? Klaus spielt auch mit. Ui. Dodge ist ganz schön groß. Scheiße, du bist wieder auf R1, ey. Auf was? Auf 1. Auf 1. Auf 1. Na ja, gut. Er macht wahrscheinlich nicht viel. Er frisst wahrscheinlich wirklich nur, was ihm da vor die Flinte kommt. Bin ich der Größte? Wann ob ich da einen mitschleppen kann? Na, das kann doch nicht wahr sein, ey. Na, Epic 488. Äh, ja. Na ja, ich bin ein Zweiteil. Der Grüne bist du. Ist wohl kein Name drin bei mir. Hier. Nee, ich bin raus. Ich bin gerade nicht vorbei. Ich bin froh. Achso, okay. Scheiße, ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ey, 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 ey. Was weg? Na, ne. Tot. Oh, Mann. Okay. Mist. Ja, hier kann man übrigens einstellen. No Name. Show Must. Aber habe ich doch eigentlich eingestellt. Dark Seen kann man noch in die Dunkelstellen. Da sieht man vielleicht auch die Japaner besser, die mit Weiß einen kleinen roten Punkt in der Mitte haben. Und man kann, äh, äh, verschiedene Skins einschalten. Das zeige ich noch eben. Wenn man zum Beispiel Japan reinschreibt, dann hat man die japanische Flagge. Uh, ach, Sack. Und, äh, da gibt es dann noch diverse andere. Jetzt denken alle, der Japaner, der ist so klein. So einen kleinen roten Punkt. Womit ist es ja auch so. Den fresse ich mal eben und vertun sich dadurch. Auf dem dunklen Spielfeld sieht man das jetzt ganz gut. Aber später, äh, äh, in groß. Dann habe ich einen riesigen weißen, äh, Rahmen um den kleinen roten Punkt. Vertun sich welche fliegen dann in ihr verderben. Jetzt aber alle hinter mir her irgendwie. Das ist dann zum Beispiel, ähm, 8 würde wahrscheinlich der 8-Ball sein. Kannst ja mal gleich mal probieren, Christian. Tipp mal 8 ein und guck mal, ob du da so eine Bildertkugel bist. Ja, komm, den Mars habe ich mit wegschlabuliert. Oh, der Giggetug. Boah, wird eng hier. Mal lieber ein Abgang. Robin hat aber Spaß an mir, wa? Scheiß immer noch. Ungebrochen der erste hier, verdammt. Oh, Niederland, ganz schön groß. So. Gott sei Dank ist man schneller als die Großen. Dann kann man doch mal hier und da mal abhauen. Ja, ist man. Ja, ja, wenn man kleiner ist, auf jeden Fall. Ne, ne, mal die Kugel 8. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich aber gleich mal wegschlabuliert, zwei Stück. Das ist halt der Cox. Die 8. Ja. Hau ab. Bei mir steht gar kein Name da drin. Wieso nicht? Ja, bist du wahrscheinlich noch zu klein. Ne, der ist nur die 8. Der Name ist weg. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Mist. Die Japaner. Oh, ah, wenn man an so einen grünen Ding entlangstellt. Ich habe mal auch abgezogen. Ja, einer. Stimmt. Hat mal getestet. Ja, der ist mir zu gefährlich. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, oh, oh. Ja, hat aber was, oder? Das Spiel. Also macht schon Spaß. Ja. Ja. Wo es total einfach ist, irgendwie. Aber es ist auch teilweise echt frustrierend, ey. Bitte? Das ist auch teilweise echt frustrierend. Ja. Ja. Ja, aber es ist was für zwischendurch, ne. Kriege ich den? Leider. Doch, ich habe ihn. Ja. Das war nicht schlecht. Ja, du musst dich echt mitteilen. Musst du die fangen. Sonst, äh. Es ist echt selten ein. Oh, die sind gut, wenn ich die alle kriege. Nee, kriege ich gar keinen von, ne. Zack. So, jetzt habe ich einen 500er und einen 198er. Äh, ne. Ja, 190er. Was hat der Cox da oben? Die 8? Ja. Ich bin die zwei Japaner, ja. 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 Hey. Ah, schade. Hallo, der hat sich geopfert. Ja. Der weiß was gut ist, wo Poland kommt. Mist. Ich muss in deine Ecke. Lauf mir nicht vor der Flinte. Ah, zack. Zack. Hahaha. So. 750. Jetzt bin ich ganz schön langsam. Das ist mies. Gimper. Na komm, Gimper. Oh. Mal größeres drunter. Ich verteilen, aber, ne. Komm, der nehme ich mit. So. Mal aufpassen. Hallo, hau, hau, hau. Oh. Oh. Oh, Cox. Ey, ich will dich nicht unbedingt fressen, ne. Aber wenn du mir jetzt ins Maul fliegst, da kann ich auch nichts dafür, ne. Ja. Oh, was ist denn hier los, alter? Muss ich mal ganz schnell wieder zusammensetzen, sonst hab ich gleich ein Problem hier, ne. Niederlande sind hinter mir her. Scheiß. Holländer. Weg. Oh, Shinigami auch. Krieg ich? Krieg ich hin? Scheiße, du darfst dich nicht zu viel teilen, sonst hast du echt ein Problem. Ist immer klein, ne. Und die kommen ganz klein, die snacken dich dann weg, weißt du. So, ich erstmal zusammensetzt, dann schnapp ich mir den schon mal wieder. Sehr gut. Oh, unten kommt so eine kleine Armada auf mich zu. Komm, komm. Was soll das überhaupt? Was soll das? Verdammt. Wer für Ausschluss? Was soll das? Oh. Oh, ist mein Aufgang, der wird zu groß. Nein. Ah, der hat sich geteilt, der Vollidiot. Hat gesagt, frisst mich mal eben weg. Hat nicht geklappt. Mal hoch. Oh, die, ja. Holländer sind da mehr wieder her. Die Holländer sind wahrscheinlich keine Gefahr mehr. Ich hab jetzt 1060 unter mir so ein riesiger pinker Blob her. Boah, haben wir eben 20 Punkte verloren, weil ich da dran geschraubt bin. Boogiegum. libertad oder kleiner alt. So, Platz 4, mein Freund. Ja, ja. Oisti. Ja, ja. Schaffe ich noch die 1? Nein, wahrscheinlich nicht. Zack. Oh, Nederlands. Ich könnte das ja so machen. Ich mach mich groß und du frisst mich. Nein, wir cheaten doch nicht. Hallo? Nein, so armsinnig sind wir jetzt auch nicht. Ich meine, ich hätte dich ja schon ein paar Mal fressen können. Naja. Das ist doch Blödsinn. Haben wir ja auch nichts von. Guck mal, wie schnell das geht. Bist du mal eben auf Platz 6 abgerutscht, weil du nicht wieder einen fressen kannst, weißt du? Mhm. Aber ich will mich nicht tausend Mal teilen, dann hast du direkt ein Problem wieder hier. Bist du immer noch auseinander? Ja. Oh, krass. Zweigeteilt bin ich. Ah, jetzt schrumpft aber eher zusammen. Vielleicht kann ich mir ja noch einen Poland holen oder so. Zack. Naja. Den kriege ich auch nicht. Ich muss mir jetzt mal so einen Zweier zu holen. Der ist zu groß, den schaue ich nicht. Kriege ich den? Wahrscheinlich nicht. Der haut mir ab. Der blöd. Platz 6 bin ich, wenn ich jetzt Heisi snacken könnte. Alter, ich bin eine dickgröße, dann könnte klappen. Komm. Teilen darf ich mich nicht, weil sonst klappt das nicht. Problem ist, wenn der jetzt mal eben was frisst, was mitkriegt, was ich nicht will, dann bin ich direkt mit. Boah, was macht der denn? Ach, der pusht den, ey. Krass. Der Gimper. Der füttert den. Alter, da sind Cheat dabei, auf jeden Fall, ey. Der ist so einer, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Weißt du, er frisst sich hoch und füttert dann den ein. Bist du wieder auf einen neuen abgerutscht? Guck mal, ob er irgendwas zu snacken finden hier. Der wäre doch interessant. Zack. Den auch noch. Schaffe ich den? Schaffe ich den? Na, komm. Freu dich nicht. Na. Mist. Klappt nicht. teilen sich hier alle lustig platz 7 aber wie groß ist denn der scheidert er immer auf platz 1 bleibt da kommt ja gar keiner dran aber ich glaube er hat auch so ein paar supporter drin oder robin wieder zusammengefügt platz 2 aber ich weiß nicht wie groß der scheidert ist schaffe ich die weltherrschaft oder die verpassten wir haben da auf der rangliste muss ich stehe auf platz 2 aber bleibt wahrscheinlich nicht so ach so das ist ein gelber großer punkt da werde ich auch mal gefüttert leider nicht schade kommen wir alle grünen stacheln muss man sich jetzt ein bisschen zurückhaltend ansonsten schießen die nämlich noch ein und dann sind wir verloren muss er echt aufpassen wenn ihr jetzt auch geteilt ist das ja irgendeiner von den größeren nicht den zweiten kleinere partner weg snack weise verkackt er kommt fühlt mich zusammen sehr gleich geschichte da so jetzt kann ich mir gleich noch mal teilen dann muss ich mir erwarten platz 2 aber ich verschätze mal eher dadurch dass sich der vorherige platz 2 sich und dann gibt es den viertausend ja 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 ich bin Naja, jetzt im Moment eher 4x500. Ja, meine ich ja, klar. So, ich füge mich gerade wieder zusammen. Guck mal, was sie da waren, die Schweine. Oh, guck mal, die füttern sich gegenseitig, die Säcke. Da wollte mich einer wegsnackern. Snacken, da wurde der vorher noch gefüttert, ey. Die Schweine, ey. Sind das doch scheaten, ey. Hier ist ja free for all. Kämpfen noch gegeneinander, ey. Hier alle, weißt du? Könntest du mich ja eigentlich auch mal unterstützen. Einfach dein... Was? Nein, nicht, dass ich dich aus Versehen fress. Da meine ich nicht, dass ich dich aus Versehen fressen kann. Anolp. Den habe ich ja nicht mal gekriegt. Der ist ja... ...den Schlund eines anderen rein. Zack. Warum bin ich wieder... ...riesig. Also wenn du groß bist, irgendwo hinfliegen... ...kannst du kaum. So, irgendwie... ...so in die Leute reinfliegen. Kannst halt wirklich nur noch durch Teilung irgendwie... ...kannst du auch unglaublich warst. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich habe eine ganz schöne Größe. Es wäre nicht schlecht, wenn ich die behalte. Oh, hier ist aber riesig. Platz 6. Guck mal, die pushen sich, die Schweine. Ah, die schmecken mich jetzt weg, glaube ich. Oh, jetzt bin ich gleich am Ende. Der TR. Der ist gerade mal so groß wie ich. Was will er? Der kann mich nicht fressen. Guck mal, die pushen den PO. Oh, die ganzen großen Typen da, die pushen den. Na gut. Wie lange sind wir jetzt eigentlich dran? Bist du überhaupt nur da? Ja. Wie ist denn dein Name im Moment? Acht. Acht. Okay, die Acht. Mal, ob ich hier ProData kriege. Ich habe ProData. Mal, ob ich hier ProData. Ich könnte mich mal wieder zusammenfügen. Mist. Let's go! Wachse wieder! Jetzt habe ich Glück gehabt, dass so eine Kugel auf mich geschossen kam. Ah, der pinke Gnome ist in Gefahr, den ziehe ich mir rein, kann nix machen. Alter, Platz 2 wieder! Ich bin riesig! Ja. 3600. Da muss ich auch passen. Boah, ich komme da gar nicht mehr weg, ey. Scheiß! Wir müssen jetzt gar nicht mehr teilen, oder? Ja, wie soll ich mich denn weiter wachsen? Oh. Ja, du bist die Kleinen. Ja, die kriege ich ja nicht. Ich meine die Punkte, die nach der Zeit wieder gespawnt werden. Ich bräuchte jetzt einen, der mich supportet. Ja. Aber ich teile mich einfach. Ist doch auch gut. Eigentlich. Ganz oben. Ich werde gerade gefüttert von total. Warum auch immer. Hast du ihn gefunden? Der müsste doch mittlerweile in einem halben Bildschirm groß sein, oder? Ja. Ja. Ich bin aber auch klein jetzt, ey. Also langsam, meine ich. Nicht klein. Gute ist, du kannst hier als Riese, kannst du wirklich alles hier weg snacken, ey. Können die dir fast nix. Nein! Ah, der hat sich geopfert. Ich will die alle drei kommen. Wachs zusammen. Da hier, ey. Mal ab, wenn ich zusammenwachse. Hier, wir gehen. Hier, wir gehen. Hier, wir gehen. Hier, wir gehen. Bisse. Ich fliege hier mittendrin rum. Keiner will mehr was mit mir zu tun haben. Warte nur darauf, dass ich mich wieder zusammenwachse, ey. Dass ich mich mal wieder ein paar schnappen kann, ey. Noch kleiner werde wieder, dann bin ich wieder ein Opfer. Boah, Sold. Das wäre natürlich geil, wenn ich den kriege. Aber kriege ich nicht. Das ist zu groß. Ich bin zu langsam. Ich wachse zusammen. Das ist geil. Dann kann ich mir schnappen. Nein, was ist das denn? Nein, was ist das denn? Das ist ja der Punktsaal. Ich habe 115. Ich bin gerade geplatzt. Und mein, äh, mein Eiscore vorhanden. Ich bin gerade geplatzt. Ich bin gerade geplatzt. Ich bin gerade neu zu machen. Ich bin gerade total beifern. Ich bin gerade eben... Ich bin gerade mit recompensiert. Es geht mir um die gelegensten Sch crus two. Ent most of themican urge to make a Hair the roll statement. Let's go. das war ein fehler mein kleiner blauer holt gesnackt 4900 nur teilen darf ich mich jetzt auch nicht riesen art der schei ist fast so groß oder ich bin so groß wie schei aber ich glaube hier drin gar das ist ein kleiner supporter irgendwie ich würde ich gerne weg snacken scheiße in der nähe da mache ich da lieber nicht ich verliere punkte was ist denn warum guck mal der scheiß hinter mir her jetzt weiß ich wieder immer so groß bleibt der schnappt sich mit der nummer zwei weise und lässt sich dann von seinen kollegen hier irgendwie so hoch pushen und lässt sich mal eben so hoch pumpen weiße auf weiß ich was dann die nummer zwei schlucken kann wieder einer weg war kommen schaffe ich die 1 nein alter wie lange zocken wir denn eigentlich schon nein wahrscheinlich nicht ich mach mal kein risiko mit den grünen teilen hier ist du noch da oder was ja oder in der küche oder was ja super macht ja echt schon ein bisschen süchtig so was hat also roter platz 3 alter gesagt wo ich eigentlich nichts verloren habe naja auf jeden fall mal die letzte runde für mich jetzt mein japan verlieren sollte die kleinen bringen kaum noch größer ich schluck hier ohne ende von den ganz kleinen dingern ich verliere ständig punkte warum weiß weil ich glaube wenn man bestimmte größe erreicht hat muss man immer weiter fressen sonst wirst du automatisch wieder klein irgendwie weisse ist auch so ist eine überhaupt noch hier am rumfliegen irgendwo wackerl der ist recht groß der ist geteilt ist fokl er ich bin noch ein ganz anderes server stere kein schein mehr doch gar klar ist scheiß aufgeteilt ist auf platz 4 Der ist aber für Stefan im Moment. Zum Hits glaube ich echt größer als ich. Matisse werde ich mal versuchen zu schnabulieren. Und Samit, schnell, ach egal, er zieht sich schon wieder zurück, er wurde beschossen, mit grünen Teilen. Aber zu spät, zu weit weg, jetzt wird er wieder die Kasse, dieses Supporter-Sheet-Eye. Ah, Machte, auf Leuten Platz ist er! Matisse! Japan, Japan! Wo ist meine Anfeuerung? Mist, ey, ich kriege ihn nicht, der fliegt noch schneller als ich. Ja, warte mal, gleich kommt das Ende der Karte und dann schnabuliere ich Matisse. Der ist gleich oben drüber. Mist, der blöde Hund. Oh, Matisse ist hinter mir, uuuuuh. Ah, jetzt wird er weg, jetzt wird er gepusht und gleich habe ich wieder das Theater. Ja, naja, das war's. Echt? Ja. Ich bin am Arsch. Juh, Japan verliert Punkte hier, ey. Defo, ey. Ich bin auf Platz 7, ey. Bei dir auch, ey. Dick, 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 dick. Hm? Ah, ich verliere aber permanent Punkte wieder, also Masse jetzt. Ja, permanent, ja. Ich sehe es auch gerade. Du fliegst auch nicht vorbei. Defo war gerade noch eins. Der ist fünf. Scheiße, wieder erster. Ha, du musst, äh, scheiße, wieder erster, Junge. Du musst dich teilen, ey. Sonst, äh, schaffst du das nicht mehr. Und du verlierst, wie gesagt, äh, extrem Punkte. Ja. Wenn du, äh, größer wirst. Du musst dich teilen, sonst kriegst du, äh, du kriegst erreichst. Da ist ja keinen mehr. Du musst dich echt so in eine Falle stellen. Matthias ist riese. Kann mir gefährlich werden. Da traue ich mich nicht zu teilen, wenn er in der Nähe ist. Wie blubbe ich denn da so kleine Kübelchen aus? Ich kann mich jetzt nur teilen. Boah, da hat er denn gecrasht. Wie mache ich denn da so kleine Kübelchen aus? Das ist der B, der hat auch eine Funktion. Guck mal. W? W, W wie Billhelm. Best W to eject some mass. Ah, okay, okay, das sind die Supporter halt. Bob. Und jetzt noch den Rest. Komm, Reefo, sei lieb. Sei doch lieb. Nein, er ist nicht lieb, der Schweilhund. Oh, ne, scheiße. Ist das die A, ist das wieder die kleine Cox? Nee. Okay. Okay. Neck ich den. Ah, hier klappt. Schade. Das war's. Das war's für heute. Komm, komm, komm. Ein Stück Klaus. Ich will ein Stück Klaus. Der gibt's mir nicht. Das ist die Scheiße. Ich müsste mich jetzt weiter teilen und werde wieder in die Gefahr, dass mich die anderen anfressen. Wo bist du denn jetzt? Piratlich. Ja, irgendwie komme ich hier nicht zum Ende. Also ich sterbe nicht. Gut, ja. Was am Ende machen wollen. Kraine sieht lecker aus. Können wir mal, wie wir hier wegsnacken können. Heißt noch einer Japan. Gehört? Ja. Ja. Du oder was? Was bist du oder was? Hey. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, komm ins Spiel, ich supporte dich. Ich konnte meine ganze Masse haben. Christian, hey. Was ist denn? Ich bin auch am rumfliegen hier. Komm hier, zeig dich. Und ich pumpe dir alles rein. Ich mache jetzt Ende. Ich höre überhaupt nicht mal auf hier. Ich habe jetzt schon 5000 Punkte. Mensch, wir sollen das noch hinführen. Ich verliere Masse. Kleine Kackdinger, die sind immer schneller wie ich. Du kannst mir das auch nicht geben mehr. Doch, so kleine Kügelchen kann ich da. Oh, jawohl. Wo ist er denn? Oh, da muss ich wieder aufpassen. Da kommt wieder irgendeiner mit seinem Supporter. Ich nach unten rechts. Hey, du musst dich schon nach mir richten. Wo kann ich hier jetzt mal durch die Gegend navigieren. Oben links. Ich suche einfach ein großes Japaner, bin ich. Das war's. Warte ja, da. Na, wo bist du? Fall schon ab, auf Platz 6. Muss wachsen, ey. Oh Mann, sonst bin ich gleich weg. Ich muss wieder zusammenkommen hier. Ah, ich ver... Ich baue mich gerade wieder zusammen. Das ist immer sehr gut. Ich kann kaum was lesen, aber wenn ihr da irgendwie so klein rumläuft, dann sag mir Scheid. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein! Riesen Dingen Richtig, oder? Riesen Dingen 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 Hier bin ich. Wo? Hi. Was? Hi. Der Kleine? Ja, hi. Nimm dir die blauen. Ja, ja, weg, 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 weg. Boah. Das ist klar. So. Und damit beenden wir jetzt. Ich mach mal das Backdate. Ich weiß gar nicht. Hi ist auf Platz 7 jetzt. Scheiße, wie kann ich denn jetzt wechseln? Ach, ich kann nur den ersten beobachten. Na ja, gut, egal. Gucken wir mal später, wie der Christian sich durchgeboxt hat. Ja, dann machen wir Ende jetzt, oder? Hallo? Ja, 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 okay. Wir sind ja mal aufnehmen. Alles klar. Bis demnächst. Ciao. Auf TSA Retro. Ciao.